So Leute, da sind wir wieder und ich bin schon wieder auf meinen Tisch aufgekommen. Verdammt. Ich protestiere, denn ich möchte nicht mehr mit Faps aufnehmen und das werde ich nach diesem Spiel machen, denn es nimmt voll komisch auf, wenn ich mit wenn ich das Spiel in 30 FPS aufnehmen möchte, dann klicke ich natürlich auf 30 FPS, aber dann ist das Spiel auch nur 30 FPS und das merke ich erst jetzt. Also zumindest dieses Spiel. Und darauf habe ich keine Lust mehr. Ja, toll. Jetzt spüre ich auch, wie es mehr FPS sind. Naja, umso größer werden die Videodateien. Aber ich habe bald eine bessere Leitung. Ich weiß mal noch nicht wann, aber bald. Und auf dich habe ich keine Lust. Und du bist irgendein Lian-Hange-Level. Und du da bist ein Donkey Kong-Fast. Und ich dachte schon, die gäbe es ein Secret. Aber na... Nein! Okay. Das tut mir leid. Dafür konnte ich wenig. Wie ich euch hasse, ne? Meine Güte. Und da scheiße ich jetzt auch immer aufs K. Aufs K. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Du verrückter. Okay, auch gleich aufs O. Oh, scheiß... Ganz viele Zinger in Rot. Ich glaube, die kann man nicht beseitigen. Aber wir kommen hier easy durch. Und der Checkpoint. Geht relativ schnell, wenn ich keinen Fehler mache. Oh, das... Konnte ich nicht wissen. Immer dorthin gehen, wo der Bildschirm anfängt. Und hier folge ich einfach mal den Bananen. Ah, ah, ah. Bähnchen so herum. Das konnte ich nicht wissen. Grüner Taumel. So heißt das Level. Ich hatte Angst. Das war's, ja. Okay, komm schon. Reiß dich zusammen. Die Bienchen sind nicht schwer. Aber ich stelle mich mal wieder an wie ein abgelaufener... Nee, den Spruch darf ich nicht klauen. Ich möchte es nicht. Okay, diesmal klappt es besser. Alter, das Spiel hakt. Nein, da kam ich nicht rechtzeitig hoch. Aber das war ein besserer Versuch. Jetzt weiß ich... Hm. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Ahnung... Von YouTube. Und sowas fällt mir immer jetzt auf. Ich kann es natürlich auf 30 FPS runterrendern, aber an 60 FPS aufnehmen. Beziehungsweise 50 nehme ich gerade auf. Nur, weil ich nehme mit Windows Live Movie Maker. Da rendere ich immer. Und, ähm... Ja, da geht das nicht so einfach. Jetzt habe ich nur einen Versuch. Das ist schrecklich bei den Bienen hier. Hier kann ich oben bleiben. Na, bei... Okay, hier habe ich jetzt mal einen Versuch. Hier kann ich auch oben bleiben. Hier gehe ich... Gehe ich mal hier hin. Nein, auf das Extra-Leben gebe ich jetzt mal nichts. Denn ich kriege hier eh ein Extra-Leben. Wow! Und ein Secret kriegen wir jetzt auch noch, oder was? Ah, da oben! Nein! Was? Hier oben sind Bananen. Das ist sehr... Hier ist das Secret. Wow, ich habe es gefunden. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Da kriegen wir einiges an den Namen zusammen. Wir spielen ja zwei Affen, die sind hungrig auf Bananen. Und unser Vorrat wurde ja gestohlen. Das Team Summer... Das Team Summer Sale ist ja jetzt da. Ah, das ist noch eine... Statue. Tut mir leid, ich muss kurz Save-Said machen. Aus dem Grunde. Genau, aus dem Grund. Ich werde es euch kurz zeigen. Jetzt haben wir das erste Mal drei goldene... On-Guard-Statuen. Und damit sind wir hier in einem Extra-Level und wir können hier diese Dinger einsammeln haben. Nur bestimmte Zeit dafür. Aber ich bin gerade eh viel zu schlecht dafür. Auf jeden Fall können wir diese Dinger sammeln und dann bekommen wir extra Leben. Aber ich werde gleich den Save-Said benutzen, um die Sache halt nicht zu bekommen. Denn wir verlieren leider den ganzen Fortschritt, den wir gemacht haben vom Level. Und darauf habe ich leider keine Lust. Und deswegen gebe ich nichts auf diese Extra-Leben. Ah ja, hier wollte ich hin. Hier gibt es nämlich noch einige. Wie viele Extra-Leben würden wir bekommen? Eins, zwei. Und damit würden wir jetzt bis zum Secret gehen. Okay, dann doch nicht. Ja, ja gut. Dann nehme ich da extra Leben, gell, damit? Ist hier denn jetzt bitte mal Candy Kong? Denn wir müssen speichern, unbedingt. Bambel-Tempel. Der Bambel-Tempel. Bitte lassen... Och, nee. Ich habe immer ein schlechtes Gefühl bei diesen Dingern. Vor allem, wenn es um Biber geht. Fährst du mich nochmal zurück? Nö, kein Bock. Wie er zugeht im letzten Moment. Ich hasse dich. Wusstest du das? Oh Gott. Der verfolgt mich ja. Hier wäre bestimmt was gewesen. Schade. Und du verfolgst mich jetzt. Dann muss ich mich beeilen. Ich habe das Gefühl, das ist schneller geworden. Oh. Verfolgt er mich immer noch? Nö, ne? Aber hier ist der Nächste. Wenn es um Schnelligkeit geht, bin ich gut. Der Pfeil hat nach unten gezeigt. Und hier ist nur ein so ein Krokodil. Wir haben ja... Ach, nee. Wir haben schon zwei in einem Bonus-Level gehabt. Und als ich dann auf Screen bis zur Stelle nachgespielt habe, habe ich dann das Minispiel geschafft. Dieses hier. Mit zwei von diesen Dingern. Mit zwei von diesen Krokos. Jetzt habe ich es allerdings nicht geschafft. Schade. Da ist eine Plattform. Oh ja. Hier ist das N. Aber wir haben das K nicht. Also ist das eh egal. Okay, nächster Biber. Butze, Mann. Der uns verfolgt. Das Spiel geht mit mehr FPS direkt viel leichter. Oh, shit. Okay. Der nächste Biber. Oh. Oh, nein. Ja, okay. Da habe ich verkackt. Da unten ist etwas. Jo, ho, ho, ho. Ich finde hier die Secrets, alter. Der Part beginnt gut, finde ich. Der Ben bitte mit. Hier ist Candy Speicher, endlich. Hallöchen, ich bin Candy Kong und dies hier ist mein Speicherpunkt. Da wirft sie uns ein Küstchen zu. Äh, 100%. Es gibt, glaube ich, 101%. Das habe ich vergessen zu sagen. Äh, statt 100%. Um die 101% zu erreichen, müssen wir allerdings alle Secrets finden. Das haben wir nicht. Und deswegen haben wir auch schon ohne die Secrets fast 25%, also ein Viertel des Spiels, geschafft. Affenbande. Ah. Wir sind wieder in einem Dschungel und hier ist ein Zinger, der mich fast getötet hätte. Und es wird dunkel. Langsam bricht der Abend heran. Donkey ist wieder mit von der Partie. Ja, das war sehr schlau. Okay, gut. Dann nochmal. Affenbande. Der Level heißt so wegen Affen. Ich zeige euch jetzt nochmal was. Warte. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Wir können das Fass werfen und uns darauf stellen. Allerdings ist es gerade viel zu schnell für mich und das hätte man anders lösen sollen. Oh Mann. Ich hasse diese Springer. Diese Kritter, die springen können. Ich kann die nicht leiden. Und ich habe Hunger. Ich kann es nochmal probieren. Ne, kann ich nicht. Oder? Doch. Oh ja. Oh, es ging sogar noch weiter. Aber ich möchte Didi kurz haben. Dann fühle ich mich sicherer. Schade. Wäre ich beinahe ganz gut durchgekommen. Ich genieße gerade die Musik. Hier ist ein Secret. Da soll das Eisener Fass hin. Woher ich das weiß? Keine Ahnung. Und das ist, ähm, der Strauß. Nichts, dessen Name ich nicht weiß. Er kann schnell laufen. Auf jeden Fall. Und hat irgendwie ein ganz komisches... Okay. Die machen die Dinger nichts aus. Du bist Mankey Kong, glaube ich. Oder? Heißt der Mankey? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall... Ist er ein... Ja. Gegnerischer Affe. Der mit Fessern auf uns wirft. Ich möchte nichts Falsches sagen, aber... Gehört der nicht zur Kong-Familie? Ich weiß es nicht. Ich... Nein, ich... Ich bin mir sicher, der gehört nicht zur Kong-Familie. Aber ich weiß es natürlich nicht. Deswegen... Verlasst euch nicht auf meine Aussagen. Ich dachte, darauf kann man auch rollen. Ich denke, die ganze Zeit, diese Fässer sind nicht böse. Aber da irre ich mich. Und wer erkennt es? Bestimmt... Mario und Donkey Kong könnten es bestimmt erraten. So, Mankey. Du bist tot. Ich hoffe, er heißt Mankey. Ähm... Da oben sieht es verdächtig aus. Und... Ihr seid auch verdächtig. Ich möchte da hoch. Aha. Kleiner Leck. Oh, ich genieße gerade die Musik. Jetzt bin ich so still. Toll, das war dumm. Okay. Fängt langsam an zu lecken. Ich hab's so auf die Palme geschafft. Oh, ein extra Leben. Und zehn Bananen. Das ist Exit. Und ich lass mich das nicht von dir vermiesen. Da haben wir's geschafft. Und, äh... Wir gehen da gleich in das Meer rein. Aber erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Ansehen. Bis dann. Tschüss. Meine Stimme grüßt. Tschüss. Tschüss.